Also, wir sind nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen geschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen Tai-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Der... Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aidan Versio von der Imperialen Convert Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Du hältst es für eine Falle. Und bringst sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo. Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General? Wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ins Stück. Okay. Was war das? Eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schwift glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Um Ihr Leben rennen. Sie haben uns gute Infos zur Operation Asche gegeben. Ich habe dafür zwei Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Wir wissen, dass Operation Asche nach Naboo unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein. Das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Naboo. Wir wollen keine Rebellen werden. Das verlangt auch nicht. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns, an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Wir können nicht mal Ex-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. Alle Jäger, beginnt euren Angriff. Lando, dein Timing ist jetzt, dass ich... Hier ist Prinzessin Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Aber wenn einer von Ihnen etwas versucht, sieh Sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst, Danger 1. Ich sehe eine Wärmesignatur unter den Zentralsatelliten. Das muss der Thermalenergiekern sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Hey, Vorsicht! Ich seh's! Da ist ein Geschütz auf ein paar von den Satelliten. Zweiter Satellit erledigt. Danger 5, Ihr Satellit abgeschossen. Wir haben noch viel vor uns. Weiter! Je schneller die Satelliten zerstört sind, desto früher es zieht sicher. Verstanden, Prinzessin. Danger 5, Danger 6. Vergessen Sie nicht, Sie schießen jetzt auf drei Jäger. Bestätige. Danke für die Erinnerung. Auf Ihre Position, Danger 1. Ja, wir sind dabei, Shrimp. Gut. Zeigen wir dem Imperium mal, mit wem es sich anlegt. Guter Schuss, Commander. Hey, hey! In meiner Einheit ist sie kein, Commander. Nabu ist ein bisschen sicherer geworden. Wir geben alles. Noch ein Satellit weniger. Wir haben's fast geschafft. Und dann verschwinden Sie. Stimmt's? Stimmt. Sobald die Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Wir wissen, was zu tun ist. Am besten zerstören Sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden. Hat einen Teil hinter mir. Seid. Wir sind zurück zu Ihrer Position. Bereit der Schuss vor. Erwischt! Alles klar, Danger 4. Das würde ich nur ohne Sie tun, Danger 3. Satellit ausgeschaltet. Sektor sieht gut aus. Sind noch Satelliten übrig? Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternenzerstörer. Verstärkung ist eingetroffen. Y-Flügelbomber. Sorgt für Ihre... Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schützsystem des Sternenzerstörers. Eine Gruppe Teiljäger hat unsere Bomber im Visier. Fassen Sie ab! Meister Unterstützung. Helfen wir Ihnen. Helfen wir Ihnen. Fälle ausgepackt. Gute Arbeit. Unsere Y-Sylen-Flügler haben ihren Bombenantrepp abgeschoben. Restoration, Sie können angreifen. Alle anderen fallt wieder zurück. Das ist nicht gut. Tut mir leid. Sehen wir nicht alle den brennenden Sternenzerstörer? Das imperiale Protokoll sieht einen Sprung in Sicherheit vor. Diese Schiffe wollen nach Thiet. Sie werden die Stadt attackieren. Alle so schnell wie möglich nach Thiet. Wir haben vielleicht einen Weg, das alles hier zu stoppen. All right. Danger 1. Wir vier müssen reichen. Kennt sich hier jemand mit Maschinen aus? Ja, ich. Sie gehen mit mir. Ähm. Thiet hat ein Verteidigungssystem. Irgendwas, um das Imperium aufzuhalten. Aber der Sturm hat Energierelais in der Stadt beschädigt. Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren. Wir teilen uns auf, reparieren die Relais. Und danach treffen wir uns am Palast. Klar. Ja. Verstanden. Was aktivieren wir denn? Etwas, das das Imperium aufhält. Wie heißen Sie, Soldat? Dermico. Derm. Imperiale Verstärkung sammelt sich in diesem Sektor. Wir können sie stoppen, aber Sie müssen diese Relais reaktivieren. Schild! Schattel Sie im Anflug! Imperiale Truppen kommen! Wir haben ein Relais zum Laufen gebracht. Also ich war's. Sie hat Sturmtruppen zerlegt. Wir gehen zum zweiten Relais. Wir bleiben in Kontakt. Das Gebiet sichern! Der Sturm hat die Schaltkreise gegrillt. Na, ich krieg das nicht. Verstärken. Wenn es nicht leicht sind. Langsam wird's. Es dauert nicht mehr lange. Das Relais-Bischiff. Müsste noch gehen. Schon. Ja, das war's. Jetzt funktioniert's wieder. Gut gemacht. Zum Nächsten. Versorgen Sie Ihre Nächsten? Ganz zur Stadt. Ja. Bis wir alles wieder zum Laufen gekriegt haben, kann Sieg das Imperium nicht aufreißen. Los! Teil ist nicht Erkampfläufer. Ich brauche hier sofort einen Bomber. Ich bestätige, Hoheit. Gehen Sie in Deckung. js causa! Kommt weiter aus! Transporte kommen! Das Imperium jetzt steht klar! Wir setzen die Hoheit! Los! Anfläufer am Bus! Das hat gesessen! Weiter! Die wollen uns holen! Ein weiteres Relay ist so gut wie aktiviert. So gut wie? Das Ding ist praktisch unter Wasser. Ich brauche in Zeit. Ich glaube an Sie, Freddy. Freut mich. Dann ist es einer. Nehmt die Imperialen. Wir holen unser Beschuss. Bringt uns zum Relay. Eskortiert Sie durch den Galt! Feuer! 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 Beleget Sie! Feuer! 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 Na los! Hier! Rein! Was ist das? Eine gute Nachricht. Ein Scoutläufer hat uns eingekesselt. Rennen nicht zu Ihrer Position zurück. Beschäftigen Sie sie und bleiben Sie am Leben. Nach dem Ionenimpuls sind Sie sicher. Verstand, Prinzessin. Ah, okay, jetzt wird die Sache langsam. Komm schon! Okay, wenn ich die Drähte kreuze... Das stimmt. Moment. Moment, das, das muss drüben. Komm schon auf das, das! Ja! Komm schon! Jau, weig não! Komm schon auf, Medic! Wir sind fertig. Triff, hier ist Ihr status. Relais online. Sehr gut. Alle zum Palast. Daher wird reingehen und fängt. Schild! Wir werden verrannt. Alle zurückfallen. Drück hervor! Stell, wie läuft es da drinnen? In Arbeit. Die Sicherheitsprotokolle sind überraschend komplex und veraltet. Wir geben Ihnen Zeit. Wird aber nicht viel sein. Keine Sorge, Prinzessin. Es wird reichen. Alle, Mann, die Treppe rauf. Los! Lasst Sie nicht die Treppe rauf. Haltet Sie von den Toren fern und feuert immer weiter. Die Treppe rauf. Prinzessin, der Impuls ist gleich bereit. Gut. Wir haben nämlich bald keine Deckung mehr. Val, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ich bin bereit. Hoheit. Wir haben zu viele Truppler an unserer Position. Der Kampfläufer ist zu viel. Leit die Detonationssequenz ein. Rein in den Palast. Geh! Geh, 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 geh! Sieht aus, als hätten wir gewonnen. Oh, hallo, Hoheit. Gute Arbeit war das. Aber das erwarte ich auch vom Inferno-Trupp. General Kailrissian hat's euch also gesagt. Sie haben dieser Allianz eine Menge Schaden zugefügt. Ja, das stimmt, Ma'am. Und das ist unentschuldbar. Ich hab gesehen, was Sie tun. Sie sind nicht einfach nur auf der Flucht vor dem Imperium. Die Sache bedeutet Ihnen etwas. Stimmt. Wir kämpfen schon unser ganzes Leben. Wir haben zu spät erkannt, dass wir die ganze Zeit für die falsche Seite gekämpft haben. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Wir möchten euch helfen, wenn wir dürfen. Wegen Leuten wie Ihnen besteht weiter Hoffnung für uns. Und wegen der Hoffnung werden wir auch Sie. Willkommen in der neuen Republik. Danke, Ma'am. Senatoren Organa ist noch eine Weile her. So eine Republik ist äußerst aufwendig. Die Jagd auf eine imperiale Flotte auch. Es wird noch aufwendiger, Commander. Ich habe eine Bitte. Einer unserer Generäle ist verschwunden. Die Spur führt nach Takodana, aber er meldet sich nicht mehr. Suchen Sie bitte noch Han Solo.